Es geht wieder los! Hallo ihr Lieben, wir drehen endlich wieder neue Musikvideos. Ja, und heute steht auf dem Programm ein Best-of-Zara Leander. Die hat nämlich 40-jährigen Sterbetag nächste Woche. Wer singt die Zara? Wer singt den Leander? Das machen wir uns doch aus. Ich muss auch noch meine Haare machen. Also wir machen ein kleines Making-of. Schaut mit uns in den Proberaum. Wie versprochen macht sie hier im schön aufgeräumten Proberaum die Haare? Ich schaue mal kurz in unsere Facebook-Gruppe. Da wurden uns Zara Leander Lieder vorgeschlagen. Vielen Dank. Also, welches kennst du? Einen wie dich könnte ich lieben. Wodka für die Königin. Sag mir nicht Adieu, sag nur Auf Wiedersehen. Nein. Ich kenne den Jimmy aus Havanna. Ich kenne so viele Zara Leander Lieder, aber die kenne ich alle nicht. Kennst du dabei des Lebens? Nein. Das ist die große Zeit. Nein. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit. Ja, auch, aber nein. Also es tut uns sehr leid. Vielleicht machen wir nochmal einen Teil 2 und Teil 3 und du hast den Sommer über Zeit noch mehr Zara Leander Lieder zu singen, weil ich finde ja, deine Stimme passt gut zu Zara Leander. Lissi, welches ist dein tiefster Zara Leander Ton? Ich weiß, ich weiß, es wird ein Wunder geschehen. Sie singt doch nicht Bass. Sie singt Bass. Ich schreibe noch die Akkorde raus. Was übst du als nächstes, Herr Timpil? Als nächstes übe ich, der Wind hat mir ein Lied erzählt. Okay, hoffentlich ist heute gern Wind in unserem Studio, weil meine Haare sind fast fertig. Das liegt ganz an dir. Wie viele Boden hast du gegessen? Möchtest du singen? Der Wien hat mir ein Lied erzählt. Oh. Check, check. Mach mal check, check. Kraft. Check, check. Super. Kann dich hören. Ich spreche jetzt noch den Bapp-Bapp-Bapp-Chor vom Waldemar, bitte schön. Es kann kein Making-Off geben ohne... Die Kuchenkatze! Die Kuchenkatze hat seit dem letzten Videodreh wie viel zugenommen, Kuchenkatze? Sie schweigt aus Scham. Vielleicht kann die Kuchenkatze ein Lied von Sarah Leander schnurren. Kuchenkatze, bist du dabei? Nee. Filmst du die Kuchenkatze oder mein Po? Ich wollte nochmal beweisen, wie dick die Kuchenkatze ist. Erkläre uns das Farbdesign von unserem Sarah Leander-Video. Also in Petrol und Mint-Tönen wird hier performt. Das heißt, Petrol und Mint, ich sehe nur, wir tragen alle blau. Ja, also für den Herrn Timper, wir tragen alle blau. Für die Damen, die zuschauen, wir tragen Mint und Petrol. Das könnte doch sehr schmuck aussehen. Das in der Mitte gefällt mir am besten. Okay, vierhundertster Take kann eine Lübe-Sünde sein. Ich bin wahnsinnig. Ich bin wahnsinnig. So, Konzentration. Ich bin konzentriert. Kamera läuft. Ja. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Du an einen nur denkst, wenn man einmal alles ihm schenkt. Du denkst vor Glück. Niemand hilft euch. Ja, so. Da muss mehr sexy sein. Sei sexy. Du kannst dich so da stehen. Warum arbeitest du gegen mein Werk? Warum arbeitest du gegen mein Werk? Abonniert unseren Kanal. Bitte die graue Glocke rücken. Einen Daumen hoch geben. Schreibt uns einen Kommentar. Und vergesst nicht, alles wird irgendwann einmal wieder... Vergiss nie, Herr Timper. Davon geht die Welt nicht. Und da sieht man sie manchmal auch grün.